Heyo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es für euch ein Video zur Jailbreak-Durchführung bzw. Installation. Das Ganze ist kompatibel mit allen PS3-Modellen. Also mit FET, Slim und Super-Slim-Varianten werdet ihr da dann Erfolg haben. Ich habe auch schon mal eine Anleitung gemacht zur Custom-Firmware-Installation. Das, was wir jetzt hier machen, nennt sich allerdings Home-Roe-Enabler, abgekürzt HEN. Ist nicht dasselbe, auch nicht das gleiche, kann aber ähnliches. Und in dem alten Video dazu hatte ich auch erzählt, welche Slim-Modelle damit unterstützt werden. Deswegen wird immer gesagt, wenn Custom-Firmware möglich ist, dann sollte man das auch tun. Allerdings sehe ich jetzt beim HEN gar nicht so ganz so viele Nachteile, also eigentlich nur einen. Ich würde aber sagen, für uns als Standard-User, die da einfach nur ein paar Spielchen mitspielen wollen, ist das erstmal egal. Würde vielleicht empfehlen, bei der Anleitung das Video erst einmal komplett zu schauen. Meinetwegen auch in doppelter Geschwindigkeit, damit man so grob weiß, was man machen muss. Und dann quasi do as I go, während ich was mache, dann einfach nachzumachen. Ich wünsche viel Spaß. Wie ich glaube ich schon gesagt hatte, ist diese Konsole eine der Slim-Varianten, die die Custom-Firmware nicht unterstützen. Und es hatten ganz viele Leute gesagt, ja eine HEN-Anleitung brauchen wir, weil dann jemand vielleicht eine Super-Slim hat oder so. Und die dürften ja eigentlich wohl etwas mehr zuverlässig sein als solche Modelle. Aber das ist eigentlich auch schon bei der Slim ganz gut geworden. Und für dieses Verfahren benötigen wir eine voll funktionsfähige PS3. Fat, Slim oder Super-Slim, ganz egal. Und ganz wichtig, vielmehr Version 4.9 muss installiert sein. Wenn die Version älter ist, müsst ihr ein Update auf 4.90 machen. Wenn ihr schon neuer seid, bei 4.91 oder 9.2, was weiß ich, dann müssen wir erst auf eine Aktualisierung des Jailrakes, beziehungsweise dieses Exploits warten. Ein Controller wäre nett, ein Kabel zum Verbinden. Eine Internetverbindung wäre auf jeden Fall wichtig, korrekte Uhrzeit und wir benötigen einen USB-Stick. Und um diesen entsprechend vorzubereiten, schauen wir einfach mal, wie ist der formatiert. Also Rechtsklick auf den Laufwerksbuchstaben, auf Eigenschaften. Obwohl, entschuldige, nicht jeder hat den Tutorial Commander. Wir gehen einfach hier mit dem Rechtsklick auf den Laufwerksbuchstaben, dann auf Eigenschaften und dann sehen wir FAT32. Wenn das nicht der Fall ist, dann alle Daten, die drauf sind, sichern. Rechtsklick, Formatieren, FAT32. Allerdings ist es in Windows so, wenn der USB-Stick größer ist als 32 GB, dann wird FAT32 nicht vorgeschlagen. Dann benötigen wir dieses Programm, verlinke ich in der Beschreibung, nennt sich FAT32-Format oder GUI-Format, wie auch immer. Da dann den passenden Laufwerksbuchstaben auswählen, auf Start klicken, dann klappt das. Anschließend besorgen wir uns die Hybrid-Firmware. Die habe ich natürlich auch verlinkt, da gibt es hier einen Link zu mega.nz und da laden wir das Ganze dann runter. Habe ich schon gemacht, deswegen ging das jetzt und wer diese Seite noch nicht benutzt hat, dann klicken auf Download. Dann wird es erst hier in dem Bereich heruntergeladen und erst danach anschließend befindet sich das Teil hier. Oh, neue Schnittprogramm-Version. Das ist immer sehr schön. Wenn die Datei dann heruntergeladen ist, ist eine ZIP-Datei, die dann einfach entpacken. Und da ist auch schon die passende Ordnerstruktur drin, nämlich einmal PS3-Update und dann Updat. Das ist eben die Update-Datei und auch wenn man mit der PS4 arbeitet, läuft es genauso. Wenn ich jetzt hier auf der PS4 ein Update machen wollen würde, machen wir jetzt hier nicht. Nur mal als Beispiel, dann muss hier auch ein Ordner rein, der sich dann Update nennt. Muss auch komplett groß geschrieben werden und da wird dann die Update-Datei hinein kopiert. Ganz wichtig, dass sie PS3-Updat.pup heißt. Alles andere geht nicht, die muss genauso heißen, auch komplett groß geschrieben. Aber in diesem Falle brauchen wir eigentlich gar nichts machen. Wir müssen eigentlich nur den Ordner hier auf den USB-Stick kopieren, zack, überschreiben und dann sind wir bereit. Also gut, USB-Stick sollte fertig sein. Die Konsole an sich sollte auch so funktionieren. Vielleicht sind ja ein paar Spiele schon drauf, ein Profil, was weiß ich. Das muss erstmal sichergestellt werden. Ach ja, stimmt. Uhrzeit und Datum sollten auch korrekt sein, weil es ansonsten zu Problemen kommen könnte, wenn man ins Internet geht, weil wenn Datum und Uhrzeit nicht passen, ist nicht immer ganz so gut. Gut, also USB-Stick erstmal hinein und anschließend machen wir eine Systemaktualisierung über das Speichermedium. Wir haben ja gerade den USB-Stick vorbereitet und die hybride Firmware heruntergeladen und auf den USB-Stick kopiert. Version 4.90.1, alles klar. Das lassen wir jetzt einmal durchlaufen. Gleich wird er wahrscheinlich dann nochmal fragen, so ja, drucken wir auf Weiter, mal neu starten. Man kennt das Prozedere ja. Anschließend sehen wir uns dann auf der Playstation wieder. Die ist schon hochgefahren und der USB-Stick wird auch schon angezeigt. Das ist sehr gut, braucht man nämlich später eventuell noch. Und dann öffnen wir den Internetbrowser zunächst. Dann einmal auf Dreieck. Und dann löschen wir Cookies, Suchverlauf, Cache, Speicher und das hier alles. Gehen wir jetzt einmal alles durch. Cookies hatte ich schon, ne? Geht eben nur darum, dass keine temporären Daten irgendwo im Browser noch hängen und uns dann hier später das Leben etwas schwerer machen. So, anschließend öffnen wir dann eine Webseite. Die nennt sich ps3addict.github.io. Wenn wir hier sind, drücken wir einmal Select und fügen die Seite zu den Lesezeichen hinzu, damit wir das gespeichert haben. Vielleicht auch für später einmal. Und dann nehmen wir den Alternate Installer für PS3-Hen. Und da wird dann gleich initialisieren, ein bisschen was machen. Und es ist in solchen Fällen auch ganz normal, dass mal kurzzeitig einfach gar nichts passiert. Deswegen einfach Controller weglegen. Holt euch eben, weiß ich nicht, eine Fanta, Cola, was weiß ich. Und auf jeden Fall nicht unterbrechen, Konsole ausschalten oder sowas. Ist nicht gut. Ja, das hat nicht funktioniert. Wir verlassen den Browser mal und versuchen das Ganze nochmal. Okay, jetzt hat es doch funktioniert. Dann öffnen wir mal Remote Play und machen es dann gleich direkt wieder zu. In der Anleitung steht, dass man Remote Play direkt wieder verlassen soll. Das hat er in meinem Fall automatisch getan. Anschließend steht da oben drüber Install Hand. Da gehen wir drauf und dann gehen wir auf Installieren, drücken auf Ja und lassen das einmal durchlaufen. Wenn das getan wurde, schalten wir das System einmal aus und danach wieder an. Und nach dem Neustart hat man schon im rechten Bildschirmbereich ein Hand-Symbol gesehen. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und hier im Reiter Spiel befindet sich dann Enable Hand. Da gehen wir dann einmal drauf. Und anschließend, Welcome to PS3 Hand 322. Browser schließen. Ja bitte. Und anschließend erscheint hier der Package Manager. Hier können wir dann drauf gehen und zum Beispiel irgendwelche Pakete installieren. Dann nehmen wir das Standardverzeichnis des USB-Sticks. Der ist noch eingesteckt. Oder hier, Entschuldigung. Und hier können wir dann zum Beispiel Multiman installieren. Die hier gezeigten Installationsdateien, die müssen manuell heruntergeladen werden. Die hatte ich noch auf dem USB-Stick vom alten Tutorial. Da komme ich später noch zu, wo man die herbekommt und was sie eventuell machen können und wie sie helfen können. Multiman ist, würde ich aber sagen, Pflicht. Das habe ich unten auch verlinkt. Der erste Start von Multiman dauert ein bisschen länger. Allerdings ist gerade mal wieder meine HDMI-Capture-Karte abgeschmiert. Deswegen konnten wir nicht sehen, dass da einfach nur stand. Bitte warten. Und anschließend können wir dann hier raus Spiele installieren, Spiele starten. Nicht nur PS3-Spiele, sondern auch PS1, PS2 und noch so einige andere Kleinigkeiten können anschließend installiert werden. Beziehungsweise hier über den Package Manager. Da geht man einfach hin, installiere Package. Und dann Standardverzeichnis ist eben der USB-Stick, das USB-Gerät, was gerade angeklemmt ist. Allerdings muss dieses Gerät FAT32 formatiert sein, wenn auf der Festplatte Package-Dateien installiert wurden oder draufkopiert wurden, über FTP beispielsweise. Also wir sehen ja jetzt gerade, Multiman konnte ich hier an dieser Stelle starten. Allerdings, wenn ich die Konsole jetzt neu starte, das mache ich einmal. So, da sehen wir auch schon das HEN-Symbol. Und wenn ich jetzt den Controller wieder verbinde, werden wir feststellen, ich habe mir zwar Multiman, aber wenn ich das starten möchte, dann dürfte das nicht klappen. Siehst du, dann kommt nämlich eine Fehlermeldung. Also es sieht eigentlich so aus, als würde es klappen. Und wenn ich dann HEN enable, dann können wir wieder rein. Ja, Herze aller Liebst. Habt ihr, glaube ich, verstanden. Muss man bei jedem Start machen. Allein das wäre schon ein Grund für mich, eine Custom-Filmware zu nehmen, dass man das nicht jedes Mal machen muss. Ist ja zwar kein Hexenwerk, dauert auch nicht super lange, ist aber immer ein Arbeitsschritt mehr. Und wenn man sich einen Arbeitsschritt sparen kann, dann sollte man das tun. Wenn man es kann, ja. Wenn es darum geht, passende Homebrew zu finden, also quasi irgendwelche Apps oder kleinen Programme, Hilfsprogramme, die man auf der Konsole installieren kann, empfehle ich einfach mal Brewology. Da gibt es hier zum Beispiel das Apollo Save-Tool. Damit kann man Save-Dateien patchen, wenn man sie runtergeladen hat, dass es dann zum Beispiel für die Konsole so aussieht, als hätte der Account selber, der eigene Account, das Spiel gespielt. Weil manchmal hast du da Probleme mit oder hier DVD-Enabler habe ich nicht verwendet, weiß ich nicht, irgendwelche Dateimanager und der Homebrew Store zum Beispiel ist quasi diese Ansicht hier nur auf der Konsole. Das heißt, man muss den PC nicht dafür anschmeißen, um dann die PKG-Dateien auf den USB-Stick zu kopieren oder sowas. Movien gibt es beispielsweise noch, das ist einfach nur ein Media Center, ein Media Player. Und es gibt eine ganze Menge Sachen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel RetroArch gefunden. Da steht allerdings Part 1 und Part 2, das werden wohl PKG-Dateien sein. Ja genau. Und diese PKG-Dateien, die müssen dann einfach nur auf den USB-Stick kopiert werden, ins Wurzelverzeichnis. Also einfach nur auf den USB-Stick, ohne dass sie sich in einem Ordner befinden. Dann gehst du hier hin, kopierst die beiden Dateien einfach rüber. Und anschließend können die hier über den Package Manager mit dem Standard-Package-Verzeichnis, gehst du da rein, da stehen die Dateien da drin und dann können sie installiert werden. Ganz easy. Um einige Sachen noch ein bisschen besser zu zeigen, werde ich jetzt einfach alte Aufnahmen verwenden. Ist zwar von einer anderen Playstation, sieht man auch, sieht ein bisschen anders aus. Das ist auch eine Custom-Firmware, aber die Grundstruktur, was wir tun müssen, das ist dasselbe. Ich wollte es mal gesagt haben, nicht, dass man sich wundert, warum sieht das hier bei mir anders aus als da im Video. Ich zeige hier zum Beispiel, wie man die Lüfterstockung umstellt. Das könnte eventuell die Lebensdauer der Konsole erhöhen. Dann gehen wir erstmal zu Spiel- und Package Manager, während der USB-Stick eingesteckt ist. Gehen zu Installieren, Standard und installieren dann hier Webman, Multiman und Movien. Ich fange mal damit an. Movien war ja dieser Media Player. Einmal durchlaufen lassen. Danke, James. Dann nochmal, Installiere Package, Standard, Multiman. Danke, James, das ist jetzt so vorkommt. Und dann nochmal und da gehen wir dann auf Webman. Anschließend haben wir dann Webman Mod. Halten dann L1 gedrückt und drücken währenddessen X. Halten L1 immer noch gedrückt. Und anschließend werden wir feststellen, dass die Konsole einmal quasi neu gestartet ist und der Lüfter jetzt einmal komplett aufdreht und dann gleich wieder langsamer wird. Aber jetzt haben wir eben die Möglichkeit mit Webman in die Einstellung zu gehen und hier den Lüfter einzustellen. Ich glaube, das ist normal, dass er jetzt einmal komplett hochdreht. Ich sage jetzt hier mal, Lüftergeschwindigkeit würde ich gerne ändern von 25 auf, sagen wir mal 35. So, das können wir speichern und wenn ich jetzt speichere, dürftest du leiser werden. Während wir warten, können wir nochmal hier schauen. Da sehen wir die aktuelle Temperatur von CPU und GPU. Also GPU wäre in diesem Falle RSX. 65 Grad ist jetzt erstmal in Ordnung. Ich würde sagen, so ab 80 sollte man sich wirklich Gedanken machen. Aber wenn man gerade Wärmeleitpaste gewechselt hat, so und so sieht das ungefähr aus. Genau, dann können wir da erstmal wieder rausgehen und dann Multiman öffnen. Und jedenfalls bin ich einmal zu den Einstellungen gegangen und habe Theme Audio deaktiviert. So, und jetzt kann man hier schon hingehen, sich hier so ein paar Sachen anschauen. Klickt euch da am besten mal durch, was man so ein bisschen machen kann. Mit R1 und L1 kann man verschiedene Menüs durchgehen. Unten sehen wir schon eine IP-Adresse. Die können wir uns vielleicht später merken für den FTP-Zugang, Zugriff. Hier hin zum Beispiel, das ist mein Lieblingsteam, gibt es hier auch einen File Manager. Und hier kann man sich dann so ein bisschen auch durch den Systemspeicher quasi durchklicken. Aber auch kann man zum USB-Stick gehen. Und hier habe ich im Games-Ordner beispielsweise PS2-ISO praktischerweise ein Spiel hinterlegt. Ein PS2-Spiel. Da gehen wir mit Kreis drauf, gehen auf Copy und dann gehen wir wieder zurück zur HDD0. Und kopieren das dann quasi hier rein, PS2-ISO, Kreis, Paste und das kopieren wir hier jetzt rein. Das sind glaube ich anderthalb Gigabyte oder sowas. Ja genau, das dauert jetzt ein bisschen. Und dann haben wir schon mal ein PS2-Spiel installiert. Sehr schön, du bist durch. Dann klicken wir mal auf R1. Aber wir nehmen mal diese Ansicht. Ich habe jetzt da gerade mal ein Spiel eingelegt. Und das möchte ich jetzt auf die Festplatte kopieren. Drücke also einmal Dreieck, Copy und dann kann ich hier auswählen entweder USB-Stick oder Festplatte. Dann gehe ich einmal auf Ja. Der verifiziert kurz und kopiert jetzt einmal 6 Gigabyte. Dauert von der CD ein bisschen länger. Ist aber auch eigentlich ganz gut, weil wenn ich die CD jetzt hier drin habe, beziehungsweise das dann auf der Festplatte der Playstation habe, kann ich es dann auch überall anders hin kopieren als Sicherheitskopie, weil man mal eben so ein PS3-Spiel am PC nicht auslesen kann. Also das ist möglich, aber da brauchst du spezielle Laufwerke. Könnte vielleicht dann auch die Vorstufe sein, wenn man sagt, okay, ich will irgendein Spiel emuliert per RPC-S3 am PC spielen. Dann kommt man so am einfachsten an das Spiel heran. Und dann nach genau 14 Minuten und 6 Sekunden bist du dann fertig. Sehr schön. Das heißt, das Spiel ist jetzt installiert. Und wenn ich ihm jetzt sage, fahr mir bitte die CD aus. Also, die CD ist ausgeworfen. Dann machen wir einmal Dreieck, Load. Und anschließend können wir das Spiel hier wiederfinden und das jetzt quasi von der Festplatte starten. Ja, ganz genau. Das läuft jetzt. Ich lasse das Spiel mal nicht weiterlaufen. Das könnte, glaube ich, laut werden. Okay, gut. Aber es kann ja sein, ich habe das Spiel nur auf der Platte irgendwoher. Ich will das gerne rüberschieben. Geht per FTP. Dazu muss das Teil natürlich im lokalen Netzwerk sein. Dann gehen wir zu den Einstellungen und hier FTP-Service muss dafür auf jeden Fall aktiviert sein. Unten steht die IP-Adresse 1.122. Die nehmen wir jetzt zum PC rüber und kopieren dann per Filezilla hier vielleicht ein Spiel rüber. Das Kopieren macht man üblicherweise mit Filezilla. Ich verwende dazu manchmal auch den Total-Commander, aber Filezilla werden, glaube ich, die meisten Leute benutzen. Dann geben wir hier die IP-Adresse ein, nämlich 129.168.1.122. Benutzername und so weiter gibt es nicht. Port ist 21. Wir verbinden uns mit dem Teil und haben dann jetzt hier drauf Zugriff. So, und im Ordner HDD Games ist hier jetzt schon Sprinter Cell Double Agent installiert. Und irgendwo, ich suche mal eben kurz, habe ich noch ein anderes Spiel. Das kannst du dann einfach nehmen und quasi den Ordner nehmen, das hier rüber kopieren und dann kopiert der. Aber das soll der gar nicht, oder? Das hier können wir auch wieder löschen. Genau, das war ja nur ein Beispiel. Da können wir hier zum Beispiel The Last of Us nehmen. Das ist irgendeine Kopie, die ich irgendwann mal gemacht habe. Am 15.05.2021. Ja, okay. Hierzu habe ich noch eine PKG-Datei, das ist ein Update. Man kann sich, also es gibt diverse Seiten, wo man sich nur die Spiele-Backups herunterladen kann. Also das dauert jetzt eine gute halbe Stunde, bis das rüber kopiert ist. Ich mache da mal keinen Zeitraffer von. In der Zwischenzeit könnte ich aber noch zeigen, es gibt hier einen Ordner, der nennt sich Home. Und dann eine ID dazu. Und Save Data. Hier befinden sich Save Games drin. Und ich hatte hier mal alte Save Games drin. Beziehungsweise gebackupt, abgebackt. Und diese könnte ich jetzt einmal nehmen und hier auch zusätzlich mit in die Warteschlange zum rüberkopieren packen. Damit ich die dann auch hier später wieder drauf habe. Und drüben an der Playstation haben wir so einen kleinen Bildschirmschoner. Genau. Dann können wir einmal zu Games gehen. Am besten aber einmal, haben wir so eine Art Refresh hier. Genau da. Und dann dürfte sich hier jetzt auch The Last of Us befinden. Und wenn wir da starten wollen, Options, Load. Und dann haben wir hier The Last of Us und können das auch starten. Ich hatte ja ganz am Anfang einmal gesagt, dass ich hier die PS2 ISOs rein kopieren muss. Und wenn wir jetzt für die PS3-Spiele eine ISO-Datei haben, dann gehört es hier rein. Wenn es ein Ordner ist, dann dorthin. PSP-ISOs kommen dann da rein. Das sind in diesem Falle CSO-Dateien. Ich habe irgendwann mal eine PSP gekauft, da war das dabei. Ich weiß nicht, ob man da auch ISOs oder CSO-Dateien hat. Und PSX sind PS1-Spiele. Dafür muss dann jeweils für ein Spiel ein Ordner erstellt werden. Und in diesen Ordner gehört dann die PIN- und COE-Datei von der jeweiligen Spiele-CD. Dann können wir also wieder zurück. Genau, mit R1. Und dann gehen wir zum Tab Retro. Wenn die Konsole inzwischen nicht neu gestartet wurde, einmal auf Refresh. Und dann sind hier schon einige Spiele. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich würde gerne PS2 spielen. Dreieck da drauf, auf Load. So, und dann DVD-ROM im PS2-Format. Wahrscheinlich meckert der jetzt noch. Genau, mach mal eine Memory-Card. So, PS2, interne Memory-Card. Und diese befindet sich dann auch auf der Festplatte und kann auch tatsächlich parallel genutzt werden. Zu einem PS2-Emulator beispielsweise. So, perfekt. Immer 50 oder 60 Hertz. In Deutschland eher 50. Und jetzt, wenn wir Bock haben, können wir spielen. Ja, viel Spaß. Weil das jetzt speziell bei dieser Playstation eher ein Umzug war, wollte ich natürlich auch meine alten Safe Games mitnehmen. Dazu gibt es ein Programm, das nennt sich Apollo Safe Tool. Kannst du auch googeln. Gibt es als PKG-Datei. Wird dann installiert auch über den Package Manager, wie gerade eben auch bei Multiman oder Webman oder sowas. Und das füllen wir dann einmal aus. Und die Safe-Dateien befinden sich auf dem USB-Stick momentan. Das heißt, wir gehen zu USB-Safe. Dann Bulk Safe Management, weil ich alle rüberziehen möchte. Und dann machen wir einmal Resign und Unlock All Saves. Da geht er jetzt einmal gleich durch. Und das, was er hier tut, ist nichts anderes, als quasi bei den Safe-Dateien die Nutzer-ID von mir zu hinterlegen. Sodass es für die Konsole so aussieht, als wären es jetzt immer noch meine Safe Games. Das heißt, wenn wir uns jetzt irgendwo was runterladen, dann kommt die Warnung nicht, dass eventuell Trophäen fehlen würden. Anschließend gehen wir dann auf Copy All Saves to HDD, weil wir alles rüberkopieren wollen. Da sagt er jetzt aber, es gibt einen Fehler, weil sich all diese Safe Games, die sich hier befinden, schon auf der HDD befunden haben. Und wenn wir damit fertig sind, Online-Database, können wir mal hier schauen, können wir uns vielleicht auch Safe Games runterladen für diverse Spiele, die wir hier finden. Wir können vielleicht hier mal schauen, Completed Game on Easy. So, Download to HDD. Hierbei eine kleine Korrektur, bitte doch erst auf den USB-Stick. Und dann können wir nochmal zurückgehen. Also, der kopiert jetzt auf die Festplatte, aber nicht an den richtigen Ort. Ist, glaube ich, einfacher, jetzt zu den USB-Saves zu gehen. Dann Battlefield Bad Company auszuwählen. Dann können wir das aber zur HDD kopieren. Und anschließend werden wir Glück haben. So, da ist es. Wo kommt dann das her? Das habe ich dann scheinbar auch irgendwann mal runtergeladen. Zombie-Modus, weiß ich nicht genau. Ja, und wenn ich das Spiel jetzt sogar hätte, dann sollte das wohl funktionieren. Mit The Last of Us habe ich das ausprobiert. Da konnte ich an einer, genau der Wald, ja, da konnte ich dann an einer anderen Stelle weitermachen. Weiterhin praktisch sind sogenannte No-PSN-Apps. Das sind quasi Multimedia-Apps, irgendwie Amazon Prime oder YouTube, Netflix, was weiß ich. Da gibt es dann spezielle Versionen als No-PSN. Das bedeutet, dass man nicht angemeldet sein muss mit seinem Sony-Account, was ja auch eigentlich keinen Sinn macht. Weil, warum soll ich mich dafür anmelden? Ich muss mich ja dann eigentlich nur für Netflix anmelden. Also suchen wir jetzt mal eine App raus. YouTube zum Beispiel. Dankeschön. Da gibt es dann immer verschiedene Versionen. Und hier steht dann auch noch mit dabei, dass es eine HEN-Variante gibt. Das heißt, wir benötigen hier tatsächlich in diesem speziellen Fall, weil wir eben den Homebrew Enabler haben, die HEN-Variante. Weil es höchstwahrscheinlich ansonsten nicht klappen könnte. Dann sehen wir hier noch NPE, NPJ, NPUP. Ich schätze mal, J ist japanisch, E ist Europa und U dürfte die USA sein. Also verschiedene Regionen, sage ich jetzt mal. Und die japanische Variante, also ich kann kein Japanisch lesen, weiß ich jetzt nicht. Deswegen würde ich am besten die europäische Variante nehmen, weil die dann auch deutsch unterstützt. Ist eine Version aus dem August, also gar nicht allzu alt. Aus dem letzten Jahr aus dem August. Ja gut, okay, das geht aber alles. Und dann hoffe ich mal, dass es auch eine HEN-Variante von Netflix gibt. Okay gut, ich versuche es einfach mal mit dieser Variante. Dann schauen wir mal. Nachdem ich die beiden PKG-Dateien installiert hatte, fehlte der Reiter mit TV-Videodiensten. Ich glaube, ein Neustart hat geholfen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, weil ich mehrere Sachen ausprobiert habe. Wenn jemand von euch ganz viel Zeit hat, bitte mal kurz ausprobieren und mal eben schreiben. Wenn der Reiter nicht vorher schon da gewesen ist. Und YouTube an sich hat wohl funktioniert. Allerdings ist die App ziemlich langsam, würde ich mal behaupten. Und ich habe auch festgestellt, meine Videos, die werde ich ja in 50 FPS hochladen. Das heißt, auf der PS3 konnte man die Videos nur in 720p mit 50 FPS schauen. Full-HD stand nicht zur Auswahl. Dann habe ich noch ein Video von Spiegel gefunden. Das gab es in Full-HD, dann wohl mit 25 FPS. Und das konnte man dann auch in Full-HD anschauen. Ziemlich strange. Vielleicht zeigt sich da auch einfach nur das Alter der Konsole. Kann ja gut sein. Die Netflix-App habe ich auch ausprobiert. Und nachdem ich mich dann angemeldet habe, konnte ich tatsächlich dann auch was schauen. Allerdings auch eher etwas langsam. Also ich kann mich erinnern, meine damalige Freundin, die vorletzte quasi, die hatte auch eine PS3 in ihrem Zimmer stehen. Und da hatten wir tatsächlich auch oft ziemlich lange warten müssen, bis dann irgendwann mal was passiert ist. Und das zeigt sich ja auch ganz gut. Dann hatte sie den Fire-TV-Stick und das Teil war jetzt auch nicht unbedingt sehr viel schneller. Lag wohl daran, dass das halt die erste oder zweite Generation nur gewesen ist. Aber die Tatsache, dass man hier was gucken kann, ist ja schon mal ganz in Ordnung. Und ich schätze auch nicht, dass man die Konsole dann hauptmäßig, hauptsächlich dazu verwendet. Und mir wäre eben nur wichtig, dass es geht. Fertig. Ja gut, jetzt wisst ihr, wie man einen PS3-Hen- bzw. Homebrew-Enabler-Jailbreak auf der PS3 installiert. Richtung Nachteile würde ich tatsächlich sagen, beim Start, dass man den Homebrew-Enabler jedes Mal enablen muss, dass man ihn einschalten muss. Dass man vielleicht, wenn es jetzt um die TV-Apps geht, dass man sich da speziell was raussuchen muss. Und ansonsten hatte ich noch keine Nachteile gefunden. Es hatte mal jemand gesagt, was die PS2-Kompatibilität angeht, ist das mit der Custom-Firmware ein bisschen besser. Kommt aber natürlich auch auf die Spiele an. Aber ansonsten ist eigentlich erstmal alles gleich. Es sei denn, man will das als Entwicklerkonsole oder sowas verwenden oder Overclocking. Eine Overclocking-Variante gibt es ja als Custom-Firmware auch. Als Hybrid-Firmware jetzt glaube ich erstmal so nicht. Stört mich jetzt zumindest erstmal nicht. Aber vielleicht findet ihr ja noch Sachen, die eigentlich gehen sollten, aber nicht funktionieren. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ansonsten hoffe ich, dass ich helfen konnte. Ich meine, alleine durch die TV-Apps hier sind das ja nochmal 15, 20 Euro für den billigsten Fire-TV-Stick, die man dann an Funktionalität nochmal mehr hat. Gesetz zum Fall, die Konsole wäre eventuell gebannt, sage ich jetzt mal. Und ja, Emulatoren da drauf oder so. Ich würde jetzt nicht unbedingt RetroArch dafür installieren, um dann Gameboy-Spiele zu spielen. Aber das kann ja zum Glück jeder selber machen. Das Wichtige ist ja, dass man jetzt kann, was ja vorher dann nicht ging. Beziehungsweise, ja gut, Filme gucken konnte man auch vorher schon, müsste sich dann aber anmelden jedes Mal. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!